Beate Parnitz, Hochschule Flensburg. Wachstumschancen entdecken, Wachstumsprozesse anstoßen. Moin zusammen, mein Name ist Beate Parnitz. Ich arbeite an der Hochschule Flensburg am Dr. Werner Jackstedt-Institut und forsche am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Wir haben hier ja heute bereits einige spannende Ansätze aus der Forschung gehört und wenn ich mir das Programm so ansehe, werden da noch zahlreiche Folgen. Und um diese Ansätze aus der Forschung nutzbar zu machen und letzten Endes auch umzusetzen, müssen sich diese Ideen natürlich am Markt etablieren, in irgendeiner Form. Sei es im Rahmen von Prozessverbesserungen, innovativen Produkten oder skalierbaren Geschäftsmodellen. Und genau an diesem Transfergedanken setzt unser Projekt Scaling North an. Ja, gerade der Bereich der Energiewende, der dynamische Kontext der Energiewende, bietet natürlich zahlreiche Eintritts- und Wachstumschancen für junge, innovative Unternehmen und neue Geschäftsmodelle. Und das sieht man auch daran, dass die Zahl der Unternehmensgründungen in diesem Bereich steigt. Genau, das spiegeln auch die Ergebnisse dieser Studie wieder. Also die Unternehmen aus dem Green-Tech-Sektor, aus dem Bereich erneuerbare Energien, nehmen das Thema Wachstum als weitaus weniger kritisch und herausfordernd wahr. Und dass sich diese Unternehmen in einem wachsenden Umfeld, in einem wachsenden Markt bewegen, ist natürlich eine sehr komfortable Ausgangslage für diese Start-ups. Aber trotzdem muss das Wachstum natürlich erfolgreich und effizient gemanagt werden. Und also sprich, die Unternehmen müssen Wachstumschancen gezielt entdecken. Das Wachstum muss strategisch geplant werden und effizient umgesetzt werden. Und genau da setzen wir mit unserem Projekt Scaling North an. Das ist ein gefördertes Projekt aus dem Landesprogramm Arbeit. Und wir wollen in unserem Projekt eine Wachstums-Workshop-Reihe aufbauen. Wir forschen daran, wie Wachstum erfolgreich umgesetzt, geplant und umgesetzt werden kann. Und entwickeln eben im Rahmen dieses Projekts eine Workshop-Reihe zu diesem Thema. Wir richten uns an wachstumsorientierte Cluster-Unternehmen und wollen den Unternehmen im Rahmen dieser Workshop-Reihe Impulse dazu mitgeben, wie Geschäftsmodelle erfolgreich skalierbar gestaltet werden können. Und wenn Sie mit Ihrem Geschäftsmodell auf Wachstumskurs sind oder uns von Ihren Erfahrungen mit dem Thema Unternehmenswachstum berichten wollen, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mich im Nachgang ansprechen. Dankeschön.